Ich brauche Ihre Hilfe. Ich besitze keinen Lebensdurst mehr. Ich fühle mich alt und müde. Mehr noch als alles andere belastet mich die Gegenwart meiner Frau. Du findest mich langweilig. Du findest mich uninteressant. Wir sind zu lange zusammen. Dann sorge dich dafür, dass ich mich sehen kann. Mir fällt nichts mehr ein. Ich habe jemanden gefunden. Jemanden, der dich malen kann. Ich bin schön. Die Umstände erlauben es mir allerdings immer erst abends zu hinzukommen. Therapie pour un vampire. Jeudi 31 octobre 21h sur TFO. A voir aussi en ligne et sur l'appli TFO.